Woow! Gut, äh, wo sind wir hier? Ah, okay, noch nicht dort, wo ich hin wollte. Drecksteile, ey! Kriegst du auf den Nuss? Woow! Haha, der Wurm! Ah, da runter! Jetzt ist noch so ein, äh, das ist so ein zweites Pilzding. Oh, geh mal weg da! Okay, hier ist irgendwo dieser... Boomerang-Wurm, wie ich nenne. Boah! Jo, komm schon! So, Wurm! Wo bist du? Da! Verdammt! Ah, nicht mehr schnell genug! Stab mal stehen! Oh, verdammt! Ich spring einfach auf den drauf! Ich deb... Und ich hab keine Heiltränke dabei! Ja, wo bist du? Erstmal hier rüber muss ich. Und dann... Wie war das? Genau, hier. Dankeschön. Ich baue das hier mal so zu. Nicht, dass ich da aus Versehen mal irgendwie reinkomme. Seit wann wird mir das angezeigt? Das möchte ich nicht. Ich komme auch ohne Anzeige, klar. So. Laufen wir mal hier übers Wasser. Schlage ich vor. Ich sehe da unendlich viel Wasser. Es muss da nach unten. Ich will das nicht hier haben. Äh, falsches Item. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow. Okay, es ist nicht mehr passiert. Okay. Ähm. Oh, spinnen jetzt. Okay, da bleibt man mal so ein bisschen hängen. Oh, das ist verdammte Spinnen jetzt, ey. Also, ich will was probieren. Was passiert, wenn ich die Lava und das Wasser mische. Was passiert, wenn ich die Lava und das Wasser mische? Was passiert, wenn ich die Lava und das Wasser mische. Hier ist das nicht. Oh, das ist das. Ah, das ist das, was ich mir nicht gemacht habe. Hacke jetzt eine Tin-Pick-Ecks Da muss ich ein bisschen tiefer So Ich lasse das Wasser dann auf die Lava fließen weil so besteht dann nicht die Gefahr dass ich irgendwie in die Lava komme Das Platchen reiße ich hier noch ab Nicht zu tief So So Das müsste jetzt eigentlich ja theoretisch klappen So Es passiert nichts aber ich glaube Okay die Oberfläche der Magma erstarrt Und Ja Lässt sich dann betreten Okay Wieso nicht Wow wo kommt der jetzt her So Das ist das tiefste Punkt bei dem wir momentan sind Jupp In etwa Nur hier geht es noch weiter Da gucke ich mal dass ich das Ganze abfließen lassen kann Oh Fisch Geh da bitte weg Geh doch Blub 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 Was haben wir hier Donksten Aura Da kommt Schon wieder so eine Zomp Wo kommt der her man Leider ist meine Stärkste Waffe Immer noch dieser Zombie Arm Das gefällt mir persönlich nicht sonderlich gut Denn ich hätte gerne Was stärkeres Scheiß Fledermaus Die gehen so auf den Sack hier Schlimmer als jedes Zubatt In irgendeiner Höhle Ich weiß Schwer zu glauben Aber ist echt so Na komm her Komm Stirb 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 Geht doch So Nehmen wir das mal mit Alles Ausräumen Und auf der 2 Nehmen wir noch schnell Die Kiste mit Das ist übrigens nur Goldruhe Wie ich sehe Das lohnt sich dann So Jetzt können wir auch hier Anfangen zu bauen Moment Nicht ganz So Damit möglichst wenig Wasser Nachkommen kann Graben wir uns mal runter No Soll ich schon mal, dass ich da nicht runtergehen werde? Kann man die da bis festigen? Nein. Aber da. Oh, du südiger Schlau. Alter, was kommt denn da runter? Jo, was war das jetzt? Ja. Dankeschön. Gestorben. Ja, äh, Lats, Lats, bitte neu, Dankeschön. Rrrr. Ja, das ganze Unkraut muss mal weg. Ich will doch mal hier diesen See, äh, schön irgendwo hin abfließen lassen. Muss ich mich mal vielleicht mal drum kümmern, demnächst. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Haha. Nicht getroffen. Wird man dann in der Schule oder im Kindergarten nicht getroffen? Fett gesoffen, nehm, Scheiß. Richtig. Oh. Ah, das ist ja gar nicht mehr im Wasser alles hier. Okay. Hm. Ah, ja, das sind meine ganzen komischen Gänge, die ich da gegraben habe, um irgendwie... das Wasser abfließen lassen zu können. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü... Dü-dü-dü-dü-dü... Muss ich hier lang. Muss ja ein bisschen aufpassen mit diesem Zombieter hinten. Und mir das Wasser fließt immer noch. Ah, falsches Ding. Wow. Ah, ich geh den regulären Weg hier. So eine Treppe. Da hab ich ja nämlich dieses ganze Pilzkönigreich hier unter Wasser gesetzt. Okay, hier geht's nicht mal weiter. Muss ich mal gucken, was ich hier wo gebaut habe. Ah ja, hier unten war was. Ah, wo ich nicht reinkomme, super. Ich warte lieber, bis der hier da war. Sonst zerstört er mich noch. Ich hätt ihn gern schon besiegt bevor. Ach, dankeschön. Nein, 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 nicht an euch. Nein, 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 nein. Ah, gut. Oh, hier ist auch ne Kiste. Ah, die hab ich schon. Okay, dann nehm ich die wieder mit. So. Dann grabe ich mich mal hier rein. Dann guck ich mal, dass ich ums Wasser irgendwie herumkomme. Dann gibt's nicht hier einец. Ich weiß nicht, nein, nein, 넌 sobald stehze附